Musik Beobachter Jetzt haben wir wieder hier bei der Hütte im Bumslager Heutens zeige ich euch mal wie die Hütte da ist und wie wir es gebaut haben Wir beginnen mit den Pumpingstangen Geil So wie es ist Da wird richtig gehasselt Das wollen wir nicht so grossen Ecken Machen wir gleich rein Was ist Günde? Hat gemeint er etwas gesagt Also da haben wir eine schöne Schaukel haben wir irgendwo gefunden Gebüschmässig Also Machen wir gleich mal weiter Ist ja richtig geil Ach du Scheiße So Da haben wir so einen schönen Thron Da haben wir so einen kaputten Stuhl Günther Wolz Günther Ja ja Also Ja gut auf jeden Fall Ein Thron ist natürlich nice Kannst dich draufsetzen Schon ein bisschen dunkel Deswegen musst du ein bisschen Taschenlampe Mädchen machen Das ist ja nicht richtig So ich würde sagen Da haben wir ein bisschen Spiritus Was mich noch in Spiritus? Da haben wir ein bisschen das Feier Eskalieren lassen Geil Also Ja freilich so Da haben wir ein bisschen das Feier Da Geil Festbank Jawohl Muss sein Ist einfach geil So Würde ich sagen Machen wir gleich mal ein bisschen Rundblick Hüttemäßig So Da haben wir ein bisschen außen rum Geil Scheiße Ich hab nur noch zwei Balge getan Ah ja Ist schon schön So Klar Das Hüttchen haben wir selber gebaut Die Bretter sind schon uralt Da haben wir alle von der Hütte da drüben Da hatten wir auch noch stehen Aber die wurden uns kaputt gemacht Und da gibt es ja Hüttchen Ja auf jeden Fall Machen wir doch dann mal Da stehen noch Polischen Ah Also machen wir mal nah hin In die Kutstube Ja Da sieht man ein bisschen was Also Da haben wir ein bisschen stehen Ist natürlich richtig sexy Der Witzel versucht nicht aufzuschissen Also Da haben wir einen kleinen Schubblatt Einen Grillrost Ja Wollo So Da hinten steht noch So ein Stuhl Ein Einkaufsware Fragt nicht wo wir Ernährung So Und Tisch Ja Haben wir halt Axt Was alles dazu gehört Licht ist halt ein bisschen Mangelware bei uns Aber Ja Das war es eigentlich schon so Ich mein Wir haben eigentlich auch Ich spür's eh nicht Der Fess hilft mich dadurch an's Herbst schiessen Da wird es aufs Dere Schiessen wir bloß nicht auf die Ohren schiessen Dann rass ich aus Nein Hilfe Ah Ah Der Wixer Schiessen mich einfach ab Alter Oh Ey Wüder schiessen mal auf die Hände Ey Da Da Ah Ah Hallo Ich glaub das wird nichts Jungs Ich muss flüchten Der Wixer da Hallo Woll ich sagen Wollst du's mit dem Wixer du echt Der versucht mich noch ein bisschen zu ächern Und dann wird er klar Na gut klar ist er nicht Er sieht aus wie 16 Alter Er ist schon ein schönes Feiertag Geil Also Boys Dann werde ich sagen Wo ist das mit dem Video Hau denn aus Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen